So, da sind wir dann auch gleich wieder. Von einem regnerischen Schleier befreit, kehrt ihr die Welt zu mir zurück. Sekunde. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer, tja, Leer vor Trauer, aber auch, ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Mir wurde der Kopf verletzt, ähm, ich muss mir den Kopf verletzt haben, aber ich, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen. Aber der Schmerz ist beispielslos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der Schmerz, der, ich hoffe, ich kann es nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Hat er... Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Revely. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Revely. Ich verstehe es nicht. Was hast du? Wenn uns das Tryptichon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morganock hier war? Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Tryptichon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch immer ausfaszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Äh. Okay. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ah, kein Problem. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Moran Weem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Unglaublich. Warum ist der so ein Arsch? Na gut. Da muss ich jetzt den Auftrag ändern. Ja, super, toll. Gerade die Aufnahme beendet, weil ich dachte, das könnte noch lange gehen, aber... So. Verfolge ich den Auftrag mal. Da muss ich mal mit Amit sprechen. Warte mal, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach, da. Oh, was ist das Beste? Warum? Das klang falsch. So. Amit. Mein Freund, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Dü, 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 dü. Ist das nicht ein bisschen langweilig? Für eine Schule, so uralte Musik zu hören. Wir haben also ein Zufall. Wir haben auch ein Zufall. Wir haben ja jetzt einen Zufall. Ich bin der Zufall. Wui. Wir haben das nicht. Wir haben auch ein Zufall. Wir haben das nicht. Oh, Mann. Gammelt der denn schon wieder rum? Der ist bestimmt oben und scheiß vom Turm. Das würde ich machen. Einmal den... Hufflepuff-Schüler. Guck mal, jetzt geben sie dem noch nicht mal einen Namen. Ich hätte ihn Harald genannt. Einfach, weil es lustig ist. Oh, hallo. Hi. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogag sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine... Nun ja. Kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogag zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Das ist mein Herz. Da soll ich mal ein paar Eier wachsen lassen. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Priveni. Gleich von hier aus. Ein bisschen näher wäre auch cool. Der vertraut keinem Kobold. Ach, Sebastian. Ich weiß, du hast deine schlechte Erfahrung mit Kobolden gemacht. Aber die Jungs sind schon in Ordnung. Also... Muss man individuell betrachten. Mit dem Besen ist mir schon echt gescheat. Dann wollen wir mal. Revevio. Warum? Genau, unten war Kampf. Das Schöne ist, dass die unverzeihlichen Flüche halt so ein Multitasking sind. Okay. Das sah komisch aus. Revevio. Revevio. Crucio. Verfrieden. Definde. Revevio. Revevio. Oha. Oha. Ow. Kuntringo! Kuntringo! Kuntio! Lazio! Kuntringo! Kuntringo! Lazio! Kuntringo! Oh! Kunt adulto! Lazio! Kuntringo! Lazio! Oh! Lazio! Kuntringo! Kuntringo! Au. Au. Au, dieser scheiß Wichstroll. So, nun zu uns, du Lappen. So, nun zu uns, du Lappen. So, du Lappen. Also wie gesagt, das Crucio, das hört sich schon echt mächtig an. Alter Schwede, das war mal ein Kampf. Kämpfe selbst gefallen mir tatsächlich ganz gut. Ich muss halt mal gucken, ob wir jetzt das Ziel noch in diesem Part erreichen und ob wir den Part einfach jetzt mal ein bisschen kürzer machen. Aber ich denke mal hinlaufen werde ich auf jeden Fall noch. Okay, was mit dem verwandeln? Einfach ein klein verwandeln und drauf treten. Das ist schon ein bisschen übel. Das ist schon ein bisschen übel. Wenn du nicht aufpasst. Riveli. 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 Ich bin da viel zu einfach, bin da viel zu leichtgläubig für. Hallo Schaf. Riveli. Kann ich nicht ernten. Okay, schade. Gehe ich mal hier lang, das sieht nach einem Weg aus. Kann aber auch einfach nur ein Flussgefälle sein. Was zum Geier ist das? Okay, der muss wahrscheinlich hier runter. Ach, welch angenehme Überraschung. Ja, nee, ich mache hier erstmal Floh, äh, Bruder hier voll. Das Auge der Mine. Riveli. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee, ne? So, nehmen wir ein paar Fliegen mit. Merlins Rätsel mache ich jetzt nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ach ja. Die gute Dame, die ist echt, die ist super. Ich finde die Dame klasse. So, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ja, dann machen wir diesen Part halt ein bisschen kürzer, passt schon. Aber, naja. Also dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.